Toni Kroos, meine lieben Freunde, wurde heute ordentlich angezählt von Uli Hoeneß. Er sagte im Doppelpass, Toni Kroos passt mit seinem Querpass-Fußball nicht mehr hinein. Wir liegen gegen England in der letzten Viertelstunde mit 0,1 hinten groß, ging nicht mehr über die Mittellinie. Seine Art zu spielen ist absolut vorbei. Er hat quer gespielt, nochmal quer gespielt, dann hat er sich die gegnerische Abwehr wieder sortiert. Ja, heute hat Hoeneß relativ deutlich Kritik geäußert, auch an Löw, dass der nicht wie Bayern gespielt hat, wie Bayern zum Beispiel die Champions League gewonnen hat, sondern eben anders. Er wollte unbedingt seine Fünferkette spielen, wollte was Besonderes machen, nicht die Bayern kopieren. Und dementsprechend hat er ihn da kritisiert. Und bei den meisten Meinungen gebe ich ihm auch recht. Ich finde nur diese Schälte gegen Toni Kroos vielleicht so ein bisschen zu hart. Einfach weil ich da der Meinung bin, Toni Kroos war jetzt nicht derjenige, warum es nicht bei uns geklappt hat. Und dieses Querpass-Toni, ich meine, das gibt es schon ewig, immer von Bayern-Seite aus, weil man ihn irgendwie so verkauft hatte damals, in Real Madrid, der dann dreimal die Champions League gewonnen hat. Also, ich weiß nicht, das mit Querpass-Toni, finde ich, ist so ein Klischee. Ja, man hätte anders spielen sollen, ich gebe ihm absolut recht, auch was Jogi Löw betrifft, definitiv. Und dass er da irgendwie versucht hat, was Besonderes zu machen, Angsthause im Fußball, hat Hoeneß gesagt, da kenne ich überall mit. Toni Kroos kann man auch kritisieren, hat jetzt keine überragende EM gespielt, aber er war jetzt sicherlich nicht der schlechteste Spieler bei uns. Und dementsprechend, ja, finde ich so ein bisschen hart, dass ich da auf ihn eingeschossen habe. Man kennt es ja von Löw, äh, von Löw sag ich schon, von Hoeneß kennt man es ja, auch wo er mal Juan Benazzo angegangen war. Naja, Toni Kroos hat zurückgeschossen, er sagte folgendes, Uli Hoeneß ist ein Mann mit großem Fußball-Sachverstand, auch wenn es für RTL nicht gereicht hat. Wenig Interesse für Polemik und mit sich komplett im Reinen, ähnlich wie sein Greenkeeper. Ja, naja, also, er sagt quasi, ja, Hoeneß hat ja viel Ahnung vom Fußball, aber für RTL hat es nicht gereicht. Ich muss sagen, dieser Diss sitzt nicht so ganz, weil, soweit ich weiß, dass Hoeneß selber, hat ja selber keine Lust mehr auf RTL-Analysen gehabt und nicht, dass die ihn irgendwie rausgeschmissen haben, soweit ich das richtig verstanden habe. Gut, mit der Polemik kann man mitgehen. Und das mit dem Greenkeeper ist wohl eine Anspielung auf Lothar Matthäus, denn zudem hatte mal Uli Hoeneß gesagt, er wird bei Bayern nicht mal Greenkeeper. Naja, okay, also Kroos lässt sich das nicht gefallen, schießt direkt zurück. Wie findet ihr die Reaktion, wie findet ihr die Kritik von Uli Hoeneß? Ich weiß, Uli Hoeneß polarisiert sehr, aber hat er zumindest im Kern recht damit? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.